Die Buchstaben B und I stehen für Bibliothek, weil wir sind ja hier in der Bibliothek. J.U. steht für Juxbude, weil ja das Jugendzentrum Juxbude mitmacht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen die beiden Anfangsbuchstaben BI und JU und machen daraus BU. Naja, ich sag mal so, das Ganze besteht aus Makey Makey. Das heißt, du kannst aus allem einen Controller machen, wie auch in diesem Beispiel aus Mülleimern. Und wir dachten uns, es passt eigentlich perfekt hier rein, weil wir viel mit Gaming machen. Es gibt da hinten einen riesen Tetris, dann haben wir da hinten kleine Workshops, wo man Computerspiele entwickeln kann oder sich seinen eigenen Controller basteln kann. Ich kann mit Knicklichtern da vorne Lichtgraffiti-Bilder machen. Und unten kann ich ein ultra cooles Bewegungsmusikspiel spielen. Ich würde Ihnen sagen, Leute, die normalen Controller sind langweilig. Schaut euch mal an, was man alles als Controller machen kann. Und kommt einfach mal dazu. Musik 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 Musik